Das kann doch wohl nicht, du bist ja vorbereitet. Ich will nicht gierig sein. Westliche Falle. Großartig. Jetzt sind wir mal gespannt, wie fett die sind hier. Erstmal aus der Fall, ich meinte einfach. Wasser, wo kommen die denn alle her? Die sind ja aber süß, die normalen S3, oder? Was? Versuch mal. Ach, ey, wenn ich doch nur einmal aufstehen könnte. Ah, die Waldläufer lassen mich, glaube ich, nicht rein. Great. Oh, nochmal 5. Was? Was? Was sagst du, der kriegt, oder? Waren nur 3. Zum Glück gehabt. Wo ist denn der Nekro? Warum sehe ich den nicht? Ach da? Jetzt noch da? So, und jetzt... Nächstes Mal muss sich da einer in den Mörser setzen, oder? Oder am Ende? Nee, für den Boss dann. Nee, die kann man gar nicht benutzen. Also, früher konntest du da jetzt einsteigen. Oh. Oh, das geht noch nicht. Ich hab hier echt Angst. So weit ist es gekommen. Wir mächtigen Ara-Helden fürchten wir nicht sein. Wo ist denn der erste Nekro? Ich hab ne geurser. Ja, die ist schon down, oder? Einer? Nee, ich bin sicher. Nee. Er ist neuer. Hier ist neuer. Wo ist denn der erste Nekro? Es endet mit vielen hier. Drückst du ihn dann weg? Ausweichen? Du bist ja nicht der Schmerzbefall. Nee, ich drück die ganze Zeit die Taste, da passiert gar nichts. Ja, du bist tot. Da kann nichts passieren. Nee, ich hab ja schon eine halbe Stunde vorher. Ich hab ja schon eine halbe Stunde vorher die Taste gedrückt. Welche? Escape oder was? Nee. Seit einer halbe Stunde drück ich alle F4 und links passiert. Du stehst da im Kreis, ich bin voll durchziehen und rettst noch nicht mal. Nee, also ehrlich. Das üben wir nochmal. Ja. Okay. Okay. So, ich will dich hier nochmal stellen. Da kommt noch ein Nekro. Ich bin natürlich wieder gleich am Arsch hier. Boah, was nervlich das gekickt. Das ist ja wirklich richtig Ed. Okay, fertig. So, kommen wir da jetzt rein? Das ist ein Knabber, da liegen gewehrt. Was kann das? Da steckt drei Abba-Genschütz. Ach, wollte ich nur. Was kann man denn machen? Ectoplasma anheben und ziehen. Oh. Wo ist der Knopf zum Zogen draus machen? Kann man jetzt etwa das Ectoplasma in diese Fallen ziehen oder wat? Wat für ein Ectoplasma? Na, ich wette der Boss kommt jetzt und dann müssen wir wieder wie bei dem Baumboss hier in dem Schmelzdiegel wie irgendeine Geschmocke hier in die Fallen ziehen, oder? Ja, vermute ich jetzt auch. Geschmocke in die Fallen. Da leuchtet doch schon was. Da, zack, hier. Verliert Ectoplasma, wenn getroffen. Also einer muss den jetzt anhauen und ich ziehe das hier an. Ectoplasma Schleim. Hä? Mach den da wohl Null Schaden. Den muss, ja. Eins ist anheben. Warte mal, ruft mal ein als Ziel aus. Da hebt einer an und wir anderen ziehen dann ran. Mach mal. Ich schieße jetzt. Der Boss ist ein bisschen übel irgendwie. Ja, aber funktioniert. Oh, da kommt er. Fangen wir an neben? Ähm. Warte mal, Pipsi wieder bläden. Ja schön, Schleim ist dort. Ah! Bring this one down! Ich ziehe. was passiert der ist jetzt in den kreis gegangen die stärke der westlichen falle hat sich erhöht auf 50 prozent das heißt wir müssen die fall jetzt erst mal aufladen vielleicht müssen erst alle gleich jetzt weiter ich habe das ding aufgehoben und das angewendet auf so ein ding jetzt ist ein komisches gedöns drumherum kannst du noch mal annehmen warte ich ziehe ich gehe ach so der boss kommt irgendein geheizt hier bleiben an der stelle oder ich zieh mal einen rahmen, hebe es mal hoch alter schwede sonst verwundbarkeit ist aber echt eckig großartig geht nicht nochmal oder doch gut boah wen nimmt der denn ins target verdammt nochmal doppelt scheiße dann laden wir erstmal hinten auf die sind doch schon alle ran ja kann man mit der westlichen falle schon was machen ja das ist 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 durch die falle gelatscht die falle kaputt die falle ist kaputt in der komm dann lass mal ganz schnell das machen das heißt wir brauchen nur eine falle die wir aufladen aber jetzt bleibt der irgendwo stehen oder ja die falle ist voll zieh mal ran hier ja ich hab mir grad nicht Alkohol ich weiß nicht was er da treibt der Bus der prognützt sich ein bisschen mit da wo ist hier auch nicht muss ich nochmal weitermachen hier da können doch erstmal alle fallen vor sondern weil es ist auch ganz gut dass ich sie eigentlich bewegt da wächst da auch nicht was geht da rein du wies naja hat geklappt oder ja du bist tot wenn man auf den aufsteht da dann kommen die raus ne ist aber auch wenn der falle lauen wie seh ich den äußerstrahlen nicht ja manchmal sieht sie nur so punktiert irgendwie so ganz schwach ist angehoben türkst du hast Alkohol ich würd da weg gehen ok jetzt hittet euch dann die alle weg da ich war doch da weg statt hinter euch ich bin da jetzt halt wow einen noch lass den da nehmen so jetzt muss er nur noch in die Falle der Dicke irgendwie da ist er drin Kaiser oh 1 1 1 1 1 die Falle ist doch gar nicht aktiviert ihr müsst doch dieses so hinten aufheben und das aktivieren ist wieso haben wir doch schon hast du jetzt die Sprühfunken hat oder noch nicht also bei mir war da irgendwie immer die Sprühfunken und das war das nächste Falle vor vorne ist wieder einer aber wir müssen eigentlich auch sonst können wir die wieder auffüllen oder? ja meinen markierten hebe ich hoch Moment Dankeschön okay okay 3 zu 1 tot alle down okay nächste wo kommen sie wo kommen sie den A hier so im Kreis die Falle ist wahrscheinlich gerade nicht aktiv die ist auch noch kaputt oder was oh Junge 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 aber wir haben noch von Fein aufgeladen die ja hinten die erstlichen wenn der heutige Mistboss mal kommen würde wir können ja die Antwort der Zeit aufgeladen ja ich glaube der bewegt sich erst wenn er mit dem Roboter weh nehmen wir den vier jetzt ist er kaputt gross 16 kann man die nur einmal zielen in dem Arsch oder was ist das dann wecen ich chaotic ja vielleicht dürften sie auch nicht so volleyball fallen vielleicht könnt ihr nicht einfach die nördlichen Falle voll machen Die geht jetzt wieder, die geht wieder, Nord geht wieder, können wir direkt Mälder machen. Ist voll. Ich bin ja der Boss. Ich hab mal ne Idee, warte. Du schießt mit dem grünen Traber auf den Boss. Kommt noch weg für Blast. Okay, geht nicht. Machen wir die Illusion kaputt, vielleicht kommt der dann. Ist der da fest, oder was macht der denn da? Ich krieg den noch gar nicht ins Target. Ah, jetzt. Sonst können wir doch einfach ein bisschen mit den Gewehren auf den Talen rumschießen. Irgendwann, wenn wir gehen wieder weg. Oder? Vielleicht mal versuchen, den Boss gar nicht anzutünseln, sondern warten bis die ganzen Viecher weg sind, oder so. Ja, dann kannst du ewig warten, oder? Oder? Irgendwann? Ich glaube noch, wir gehen wieder. hier ich werde erstmal versuchen die eine falle aufzuheben so sind alle weg nicht machen mann, das ist doch irgendwie ah ja, der läuft, der läuft hängt am NPC, glaube ich jetzt geht es los Nächste Runde rückwärts und wieder in Nullschaden ich glaube die einzige Chance ist die blöde Nordfalle hier irgendwie hoch zu klimpern sobald sie wieder aktiv ist die blöde Nordfalle und wieder in Nullschaden oder so, ne? Ne. Die Falle ist auch noch nicht da, ne? Ne. Also wenn der noch nicht verwackt ist, dann fress ich aber ein Wesen. Ja, jetzt ist er da. Auf. Eier. 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 Das wäre richtig Spaß zu machen.